Servus, heute in Ellwang beim Lauf in den Frühling. Die Vögel machen so langsam Krach, die Sonne kommt wieder raus, wärmt ein bisschen. Es hat heute Morgen noch ein bisschen geregnet, deswegen ist die Strecke ein bisschen feucht. Wird also etwas rutschig sein, aber ich denke profilierte Strecke ein bisschen links-rechts, links-rechts. Also technisch auch gar nicht mal so unanspruchsvoll. Ich laufe heute mal die 5 Kilometer, die 10 Kilometer letzte Woche in Gmünd. Waren ja doch ganz schön anspruchsvoll. Ich hoffe, dass ich vielleicht an die Zeit von letztem Jahr rankomme. Muss ich mal schauen, wie arg ich pushen kann. Und genau, mal schauen, ob ich ein paar Eindrücke aus dem Rennen kriege. Wird heute wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber ich melde mich auf jeden Fall nach dem Rennen. Und hacke euch, wie es lief. Servus, ciao. Gut, super. Hopp, 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 hopp. Auf geht's, Jungs. Gasgabber, Gasgabber hier. Und entspärts für die ersten Läufe. Der erste Läufe gleich am Ziel beim 5 Kilometer Hotline. Mit der 1541 Jakob Häus gewinnt. Traur, super. 5 Kilometer Schilder. Sehr schön, Endspurt, komm. 200, sehr schön. Komm, 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 komm. Frequenz nochmal, komm. Okay, so Christian hat uns Platz 1. Sehr schön, Endspurt. Sehr schön. Sehr schön, Schatz, komm. Oh, das ist voll am Start. Endspurt, Rollerleiste bergab. Sehr schön, komm. Sehr schön, komm, 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 komm. Endspurt. So, das war der erste Sieg der Saison. Auch nochmal deutlich gesteigert zum letzten Jahr. Letztes Jahr war es ja knapp unter 17 Minuten der Lauf. Und jetzt war es 16.30. Also echt zufrieden. Gott sei Dank hat es heute geklappt. Katja wurde noch Zweite. Echt super. Annika, ich meine Dritte. Genau, und jetzt läuft gerade der Zehner noch. Und bin echt zufrieden. Ja, Strecke war noch schon ordentlich nass. Also nicht ganz so schnell zum Laufen wie letztes Jahr eigentlich. Aber trotzdem eine gute Zeit rausgesprungen. Servus. Ciao. Sehr schön. Bernhard, dranbleiben. Sehr schön, komm. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, Bernhard, dranbleiben. Sehr schön. Komm, komm, komm. Gemeinsam mit Pauline Boss. Zweimal dranbleiben. Zweimal dranbleiben. Ah, wer willst du? Sehr gut. Das war's. Platz zwei, Geber. Sauber. Sehr schön. Endspurt, komm. Ja. Sehr schön, Endspurt, komm. Da kommt noch mal einer. Komm, komm, komm. Sehr schön, Endspurt, komm. Sehr schön, sauber. Sauber. Und jetzt zum Abschluss noch was Persönliches. Und zwar habe ich heute das erste Mal mein Top4Running Singlet angehabt. Wird von denen jetzt gesponsert bzw. unterstützt. Bekommen von denen ein paar Schuhe zugesendet usw. Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link und bestellt was über den Code Jakob. Würde mich freuen. Servus. Ciao.